Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, wir stehen noch hier in der Buchhandlung, wo wir beim letzten Mal etwas rüde vom Bruder von Mycroft, dem Bruder von Sherlock, abgewiesen wurden, nachdem wir für ihn einen Auftrag erledigt hatten. Watson erachtete dies als wichtig genug, um es Mycroft gegenüber zu erwähnen. Achso, okay, das war jetzt noch wegen diesen M. Dann heften wir das mit dem Kult wieder an. Ach, wieso gehe ich danach immer wieder raus? Und gehen zurück in die Baker Street. Da steht der Junge, das heißt, hier ist unser Typ. Entschuldigung, konntet ihr leider nicht zu Ende zuhören. Sherlock, ich habe Neuigkeiten für Sie. Ich weiß alles, genau. Oh. Holmes, ich habe die Translation. Barnes wird immer nachdenken. Holmes? Watson? Du hörst mich? Barnes hat uns eine Präliminärer Translation des Buches gegeben. Ich denke, wir haben eine Leid. Sherlock. Was ist das? Ich finde mich burdenen. Es wird keine Überraschung, dass ich mich auf die Obsession. Indeed, Obsession oft grants mir die Insights, die mir in die Verhältnisse sind. Aber mein größtes Asset. Yet ich kann nicht wahrnehmen, dass diese Natur so großartig ist, wie ein Böhn. Es hat mir gekostet, Freunde, Kollegen, Brüder. Und zwar meine Obsession, als ich mit dem matter anhand entstanden habe, noch näher zu verstehen, als wenn wir begonnen haben, Ja, sie sind wahnsinnig, genau. Hat er nicht ganz unrecht mit, aber vor allen Dingen mit diesen komischen Visionen, die er hat. Aber ich sage trotzdem mal Nein, um ihn ein bisschen zu beruhigen. Auf nach Stottland! 8. Kapitel Das Erwachen Holmes, wenn wir nicht landen können, und dann, was wir vielleicht wiederholen? Ja, wir werden uns in den Augen, um ihn zu sehen. Aber dann werden wir, wie ein Böhn, was wir ihn nicht verletzen können. Aber er wird, wenn wir nicht so, um ihn zu sehen. Wir müssen uns aber auch ein wenig zu sehen. So, dass wir uns wiederholen, was wir uns nicht verletzen können, Die Welt haben zu verletzen können, John. Das Böhn hat sehr viel zu viel, John. Wir lassen uns die Möhnung mehr zu verletzen. So, wir sind wieder holmes. Das ist schön, weil Sherlock mir doch, ja, nicht lieber ist, aber ich habe schon gesehen, da ist schon wieder was am Blinken. Nicht lieber ist, aber trotzdem, er kann halt auch viel kombinieren und, ja, einige Sachen mehr machen als, wieso kann ich hier nichts auswählen? Ach so, weil ich schon drauf war, oder? Ja, okay. Gut, momentan können wir aber noch nichts machen, ist nicht schlimm. Das erste haben wir noch nicht angeheftet. Ritual auf dem Leuchtturm. Das Ritual wird bereits vollzogen. Menschen springen von der Spitze des Leuchtturms in die Tiefen des Meeres. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da hoch, ne? Wieso kann ich jetzt hier nicht? Kann ich hier, doch, das kann ich benutzen. Aber gerade ist auch, ja, ja, ich wollte gerade sagen, gerade ist aber der Kreis endlich mal gekommen. Oh, was haben wir hier? Schwarz, leeres Gesicht, nicht von selbst abgebrochen. Ägyptischer Stil. Okay. Hier ist nichts, ne? Der Vordereingang des Leuchtturms ist abgeschlossen. Äh, ne, ich wollte eigentlich laufen, aber okay. Alles gut. Ähm. Wir müssen ja jetzt schauen, dass wir relativ schnell da reinkommen. Also, schnell, ne? Es ist halt ein Computerspiel, aber... Deswegen schauen wir uns mal um. Können wir hier nehmen, wo klettern oder sowas? Hm. Das Gesicht ist nicht von selbst abgebrochen. Können wir denn... Ne, wir können auch nichts Neues... Können wir hier irgendwo anders rumlaufen? Moment, von hier sind wir jetzt gekommen, oder? Nee, wir sind von links gekommen. Was aber im Prinzip das Gleiche ist, weil wir dann nämlich hier auskommen. Nee, ist doch nicht das Gleiche. Okay, sehr schön. Ah, sehr gut. Oder auch nicht sehr gut. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Art Türöffner. Okkulte Verzierung, komplexe Vertiefungen. Okay. Ah, halt. Sherlock lauft doch nicht immer so rum. Ähm... Ja, das heißt... Moment, da hinten ist was. Oh, da unten liegen auch Leute, ja. Oder einer zu, ne? Okay, den Dolch kennen wir doch. Da möchte ich nicht hingucken. Genau deswegen, mir wäre es dann lieber, wenn irgendwo Gedärme raushängen würden, oder so. Ja, naja, gut, anhand der, na doch, anhand der, ähm, Einstichstelle sozusagen, also wie das Ganze geschnitten wurde sozusagen, äh, würde ich auch sagen, könnte selbst gemacht sein. Ey, überlegt, das ist schön, aber wie kommen wir jetzt durch die Tür? Oh, halt, hier ist auch noch was. Blutspritzer, keine Arterienverletzung, kleine Blutlache. Okay. Achso, das war er dann selber. Oh, Moment. Wurde nach etwas gesucht? Fingerspuren? Aufgewühlter Schlamm. Okay. 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 Da kommen wir aber nicht weiter. Das sind die Lutspuren, ja. Kann er aber nichts Neues rausholen. Moment, was hatte er gesagt? Was immer... Hat das gewusst? Sonderbare Symbole, teilweise weggewaschen. Mit Blut aufgemalt, okay. Was hatte er gesagt, was immer er zu tun hatte oder sowas? Das ist genau hier. Aber hier liegt nicht so ein Ding, was ich mitnehmen kann. Haben wir... Oh ja, wir haben was. Das können wir einmal anheften. Okay. Hat einen wichtigen Gegenstand verloren, der an seiner Kette befestigt war. Womöglich liegt dieser Gegenstand noch irgendwo in der Nähe des kleinen Baums, wo er abgestürzt ist. Heißt das, ähm... Oh, jetzt ist hier was Neues. War das auch neu hier? Ah, das ist auf jeden Fall neu. Glänzend aus Metall verloren. Ich sag jetzt mal einfach ja. Ja. Ja, und ich hoffe inständig, dass das das Ding ist, was hier drin fehlt. Übrigens, wenn ich mal irgendwo einen Cut machen sollte, wundert euch nicht. Ich hab gerade einen Hustenanfall nach dem anderen gefühlt. Ähm... Was soll das darstellen? Hm. Ich hab so ein bisschen Flashbacks jetzt mit The Last of Us, aber... Keine Ahnung, was das sein soll. Da ist keiner drin. Beziehungsweise doch, ein Skelett ist da drin, aber... Ist das die gleiche Halle hier? Nee. Dann gehen wir erstmal links rum. Okay. Was haben wir denn hier? Große Wassermenschen, die schwangere Frauen, offensichtlich schwangere Frauen hier rumführen. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Guck auch gleich nochmal mit der anderen Sicht. Okay. Äh... Naja, doch, die haben aber so auch gesehen. Es wirkt nur so ganz anders, wenn das so hervorgehoben wird. Die fressen Blut. Die werden denen wahrscheinlich geopfert oder so. Ach so, die Viecher, die kommen hier in der Mitte. In der Mitte raus, sozusagen. Und die werden dann drumherum geopfert und die... Ja, fressen die, nehmen die mit? Nee, die nehmen die wahrscheinlich nur mit. Genau wie das Gold. Aha. Hier ist nichts an der Wand, ne? Naja, also... Scheinbar zumindest kann man hier nichts mehr machen. Ist hier noch irgendwas? Ritual. Auffällige Höhlenwand. Äh, jetzt ist der Hinweis wieder raus. Moment, dann gucken wir doch nochmal. Ah, ich hasse das. Wenn die Hinweise einfach so rausspringen. Das ist von beiden Seiten. So, aber da ist trotzdem nichts Neues, so wie es aussieht. In der Mitte können wir auch immer noch nichts machen. Nee, okay. So, dann... Äh, da müssen wir hin. Ich höre Fledermäuse. Okay, was ist das? Mhm. Das heißt, ich muss da was drauflegen wahrscheinlich. Kann man nicht nehmen. Nee, okay. Dann nicht. Aber wir gucken uns die Bilder hier auch mal genau an. Womit fängt das denn an? Fragen wir es mal so. Äh, wahrscheinlich mit dem Rad, oder? Und am Ende muss der Typ sich selber opfern, oder was? Ach, Herz gegen Gold. Wenn ich das richtig sehe. Und irgendwelche komischen, dickbäuchigen Mönche, die aussehen wie Aliens. Ich hab keine Ahnung. Ach, hier geht's noch weiter. Ähm. Auf jeden Fall drehen die am Rad. Ach so, die Typen... Oh, die Typen stechen sich selber das Auge... Die Augen aus. Okay. Mhm. Das glaube ich. Genau, fragen wir ihn nochmal. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss er jetzt erstmal das Blut von ihm abzapfen oder so. Gucken wir hier erstmal. Ja, das, äh, ich will da gar nicht drüber nachdenken, glaube ich. Also frisches Blut, okay, aber die Art, wie sie es gemacht haben, äh, naja. Und hier ist ein kleiner Abgrund, habe ich gerade gesehen. Dann schauen wir doch mal nach dem Typen. Ob wir da in irgendeiner Weise etwas Blut abzapfen können. Haben wir überhaupt noch frisches Blut? Obwohl er ist, glaube ich, ja derjenige gewesen, der eben runtergestürzt ist, oder? Äh, Moment. Bin ich hier doch irgendwie? Hä? Ich bin doch durch eine Höhle da durchgekommen, nicht? Moment, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie komme ich jetzt wieder da zurück? Da unten ist der Weg. Ach so, da. Moment, habe ich das eigentlich gesehen? Hieß das irgendwas Wichtiges? Anscheinend nicht. Und das ist ja so komisch am Blinken. Egal. Gehen wir nochmal zu ihm. Ihren Flachmann, also seinen Flachmann. Hallo? Ich bitte dich, ja? Der macht doch kein Blut rein. Naja gut, andererseits war man jetzt gerade damit beschäftigt, dass man ganz ja auch wieder sauber machen. Ich hoffe, er hatte jetzt keinen guten Alkohol da drin oder so. Den hätte ich dann vorher ausgetrunken an seiner Stelle. Ähm, gut. Wir machen da jetzt erstmal was Blut rein. Ah, jetzt geht er nach oben. Frage ist, soll er nach oben? Nö. Da können wir auch nichts... Moment. Hm. Bleibt nicht in seiner Position. Das bringt mich auch nicht weiter, Watson. Echt jetzt? War das jetzt, weil ich konzentriert war? Also in der Konzentration war? Oder war das jetzt Zufall, weil ich da nochmal drauf gedruckt habe? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich auch gleich wahnsinnig werde. Halten Sie die Türen auf. Laufen Sie einfach drunter her. Nein, warum bin ich wieder Watson? Äh, 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 ja, Watson. Ich bin schon total durcheinander. Ach so, genau. War das Rad vorher auch da? Oh, jetzt sind die Säulen da. Sehr schön. Wer haben wir jetzt geopfert? Auf Schulterhöhe. Äh, Breite eines Arms. Ne, durfte ich nicht lesen. Aber ich will nicht riskieren, mein Arm zu finden, was. Mhm. Er meinte wahrscheinlich, deine Löcher auf Armhöhe. Beziehungsweise in Breite eines Arms. Okay. Ach, ich dachte gerade, da hinten bewegt sich was. Oh, da liegt... Hä? Sammle ich hier gerade was ein? Das sind doch... Teilliche Zweige nur, oder? Ah, nee, Teile. Ganz viele Teile. Da ist noch was. Oh Gott, wie viele sind hier bitte? Ah, okay. Verstehe. Hier ist auch noch was. Da ist auch noch eine zweite Öffnung. So. Das noch. Das noch. Da rein. Frage ist, haben wir dann jetzt alle? Nee, da ist noch nicht. Aber die Tür hat sich noch nicht geöffnet. Hallo? Seien Sie zu allem bereit. Könnte sein. Könnte aber auch. Achso, da können wir nicht mehr rein. Äh, uralte Münzen aus der Truhe, die aus dem Höhlenbrunnen kamen. Was war das nochmal mit diesen Zeichen, dass man die benutzen konnte, oder? Nach der Aktivierung des Mechanismus schossen sonderbare Höhlen... Also, das haben wir ja eben gemacht. Ich mach das einfach mal da rein. Müssen wir ihm das vielleicht geben? Ja, müssen wir ihm geben? Okay. Ah, Moment. Hier gehört doch eigentlich was drauf, ne? Wo nun? Die Frage ist, wo hat sich jetzt was getan? Achso, Hebel. Und wir sind immer noch Watson, glaube ich. Ja. Äh, das ist nicht gut. Moment, ich hab mich jetzt aber grad nicht umgesehen hier. Okay, es ist gut, dass wir da jetzt nicht unbedingt selber durchlaufen mussten. Ich hab schon Panik gehabt. Äh... Ja, das Problem ist eigentlich, ich würde ungern jetzt hier hinterherlaufen. Weil ich wollte hier vorne nochmal kurz gucken. Sherlock, ich komm gleich sofort zu dir. Einen Moment, bitte. Ich wollte mich... Ach, ich hab mich jetzt erschrocken. Ich wollte mich nämlich hier mal kurz umschauen. Aber anscheinend ist hier gar nichts mehr großartig. Oh, ne, das ist nur einmal im Kreis quasi. Na ja gut, das hat sich ja jetzt super gelohnt. Na gut. Ähm. Gehen wir mal hier wieder zur Weka. Ja, das andere war ja eh eine Sackgasse. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, das ist auch nur, um ihn zu finden. Letztendlich. Komm, drück nochmal. Ah ja, jetzt. Er fällt. Oh, das hört sich nicht gut an. Sherlock, ich rette dich. Musst du mal vorher kurz gucken. Aber hier scheint nichts drin zu sein. Ich denke mal, hier ist generell nichts drin, was wir brauchen. Aber, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nicht, dass man irgendeine Errungenschaft eventuell übersieht. Kam, glaub ich, von links, oder? Dachchen. Ah, ne, jetzt von rechts, okay. Also, da von rechts. Ich hoffe, wir müssen uns jetzt nicht beeilen. Weil, theoretischerweise kann man sich ja auch mal verlaufen oder so, ne? Ich denke mal, hier laufen wir aber im Kreis dann wieder zurück, nehm ich mal an. Das heißt, hier ist nichts drin. Okay. Es ist halt blöd. Auf der einen Seite denke ich wirklich, dass hier nichts drin ist. Holmes! Please! Please, was? Ich glaube, das war hinter... Hallo? No! No, Sherlock, no! Oh, ich glaube, wir sollten das doch auf Zeit machen. Ups! Ja gut, dann kümmern wir uns jetzt wirklich darum. Ja, 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 ist gut, ist gut. Oh, ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob wir jetzt richtig laufen. Hallo? Ah ja, okay. Also, in der ersten Abzweigung links. Oh, lauf, komm. Wenn das tatsächlich auf... Äh, Dings ist hier... Oh, oh. Bin hier falsch? Scheiße, ich glaube, ich bin hier falsch. Ah, doch die Richtung. Warum? Warum hat er da nicht geantwortet? Ja, ich bin sofort da. Sherlock, ich rette dich. Ich wusste ja nicht, dass das auf Zeit läuft. Sherlock! Holmes, come on, wake up! Oh, süß. Dank heavens! What were you doing? What happened? Huh? The whirlwind. Stars, so distant. The sun inverts. The earth, it becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. Ich denke, dass wir zurückkommen sind. Du bist nicht gut, Sherlock. Nein, wir sind so nahe, aber wir können nicht... Du hast gesagt, dass ich intervenue, wenn ich dich kracken habe. Das ist mir intervening. Mit jedem Moment, ein Leben ist verletzt. Wir müssen uns aufhören, Rochester. Wir müssen das enden. Ah, Sherlock, du hast fast verletzt. Hm, das hört sich ja nicht so gut an, Sherlock. Äh, sind wir jetzt hier hochgekommen, oder? Ich denke, äh... Ja... Guten Tag. Keine Antwort. Ähm, Schlüssel. Schlüssel ist gut. Leuchtturmschlüssel. Wir schauen auch noch mal kurz, ob wir jetzt irgendwas... Ja, den Schlüssel haben wir jetzt bekommen. Ritual. Ich denke mal, dass wir den dann wahrscheinlich auch anheften müssen. Ach nee, müssen wir... Ach nee, das heißt nur, dass wir den benutzen können. Das ist völlig verrückt. Ja, da stimme ich zu. Ähm... Wir können uns nicht ducken, aber... Ach, das sind diese... Ah, ich weiß, was das ist. Doch, doch. Das wissen wir. Die sind eh in Trance. Ja, das Problem ist nur... Ich hab ja gerade richtig Flashbacks wegen Resident Evil. Äh, Gedankenspiele. Gedankenspiele können wir machen. Wie kann die Hypnose beendet werden? Obsidian-Dolch vielleicht. Leuchtturmschlüssel denke ich nicht. Moment. Ritual auf dem Leuchtturm. Person in Trance. Seltsame Strahlvorrichtung. Die Höhlenwand nicht. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Tagebuch. Okay. Da kann ich immer noch nichts machen. Tja. Nein? Hallo? Wieso ist das jetzt wieder rausgegangen? Wollte ich doch drin haben. Aber da kann ich anscheinend nichts mehr mitmachen. Hm. Wie kann das Ritual gebrochen werden? Ja gut. Kann natürlich sein, dass wir... Dass uns noch irgendein wichtiger Hinweis fehlt, ne? So. Was haben wir hier noch? Tagebuch. Ja, keine Ahnung, was da jetzt alles drin ist. Also ich denke mal, dass uns tatsächlich noch irgendetwas fehlt. Den Hinweis haben wir noch drin. Hinten ist auch noch so ein Ding. Ah ne. Da können wir nichts mitmachen. Schauen wir mal anders. Und hier geht's noch runter? Achso. Das hab ich gar nicht gesehen. Eine Scherbe. Ja, mit der Farbe auf jeden Fall irgendwie. Aschmard, du musst dich mit der Aktivierung der K-Light-Linsen vertraut machen. Die dafür benötigten Strahlen... Ne. Strahlen in der Mitte? Ne? Sind nicht schwierig zu bedienen. Aber uns dürfen keine weiteren Fehler unterlaufen. Denn der Tag des Erwachens naht. Halte dich mit deinem Obsidian-Spielzeug von den Linsen fern. Sie entfalten eine äußerst starke Wirkung. Sind den aktivierten Zustand jedoch zerbrechlich. Und unsere Vorräte sind begrenzt. R. So. Dann haben wir hier... Etwas, was wir nicht amüsieren können. Okay, warum nicht? Äh... Weil der das alles uninteressant findet. Keine Ahnung. Achso, okay. Ja, reicht das nicht, wenn wir da den... Schlüssel mitnehmen, oder? Theoretischerweise würde ich sagen, wir machen einfach das Ding hier kaputt. Und dann sollte irgendwas passieren. Äh... Wir müssen nach oben gelangen. Ja gut, das ist ja das andere. Da haben wir jetzt aber nichts Neues bekommen, ne? Da haben wir jetzt nur... Die Anweisung bekommen, aber... Hier haben wir was Neues. Was uns nicht weiterhilft. Ah, okay. So, dann haben wir... Dann haben wir... Das ist schon mal weg. Das ist schon mal weg. Achso, ja. Ich hätte auch direkt auf die Strahlen für Richtung drücken können, ne? Ich bin es so gewohnt, einfach drauf zu klicken, damit die Sachen weggehen. Die Kaleid-Linsen können offenbar nur mit einem Gegenstand aus Obsidian zertrümmert werden. Mit dem Dolch aus der Höhle sollte es funktionieren. Die Sache hat allerdings einen Haken. Nur in aktiviertem Zustand sind die Linsen zerbrechlich. Um sie zu aktivieren, müssen Strahlenemiter auf sie gerichtet sein. Okay. Das heißt, können wir jetzt links auch schon was Schluss folgern? Oder können wir das im Endeffekt erst danach machen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das können wir noch reinmachen. Okay. Ich will aber die Personen in Trance mit da reinsetzen. Mann. Na gut, mehr können wir hier leider nicht machen. Okay. Dann. Mit dem Obsidian-Dolch. Das wissen wir. Ritual lassen wir erstmal so drin. Wunderpunkt. Das weiß ich nicht, ob man es reinmachen muss. Aber das machen wir jetzt mal rein. So. Können wir jetzt hier mit agieren, ne? Einmal. Ich nehme mal an, dass wir beide drauf machen müssen. Gesundheit, Leute. So. Dann hauen wir einmal mit dem Dolch rein. Yes. Woher will der das dran sehen, bitte? Der kann ja noch nicht mal die Gesichter sehen. Achso, Moment. Jetzt bin ich aber Sherlock? Wieso bin ich jetzt Sherlock? Untersuchungen. Ich dachte... Ich dachte eigentlich, dass Watson untersuchen soll. Na gut. War da nicht noch was gelbes gerade? Doch da. Meine ich doch. Das wird denen wohl allen jetzt so gehen. Oder den meisten halt. Also die, die stehen, scheinen weg generieren zu können. Frage ist jetzt, die Strahler, sollen wir die nochmal tauschen? Können wir hier nochmal das Ding kaputt haben? Ne. Weil das sieht so komisch aus. Oder sollen wir die Strahler doch wegstellen? Ich bin mir nicht sicher. Ob das jetzt irgendwas bringt? Keine Ahnung. Weil wir jetzt natürlich gerade nichts machen können sonst. So. Was sei denn? Nö. Oh. Ernsthaft? Muss ich unten jetzt noch was machen? Oder? Wir haben die Linse mit dem Deutsch zertrümmert und damit die Hypnose beendet. Ja. Das ist schön. Das heißt, das können wir jetzt wieder anheften. Untersuchung eines weiblichen Opfers. Vielleicht kann ich jetzt auch mehr machen, dadurch, dass ich das angeheftet habe. Ne, eigentlich nicht. Habe ich mich jetzt erschrocken? Alter, was stehst du denn hier unten rum? Ach. Ja, aber kann ich jetzt gar nichts machen, oder wie? Muss ich jetzt wieder zurück? Was ist mit dir? Ja. 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 Okay. Die habe ich vorher gar nicht gesehen, die Leichensäcke. Okay. Ähm. Ja. Moment. Findet sich im Schockzustand. Es besteht jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie keine körperlichen Schäden davon getragen hat. Durchgang führt ihn in die Höhle. Wir müssen nach oben gelangen, um das Ritual zu beenden. Das haben wir, haben wir das jetzt gemacht? Das war doch eigentlich das Ritual, oder nicht? Ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt sonst nicht, was ich jetzt machen sollte. Hier kann man auch nichts machen. Und mehr untersuchen können wir ja nicht. Tja. Wir sollen nach oben gelangen. Sind wir jetzt schon oben, oder können wir hier noch weiter hoch? Moment, hier ist... Na... Oh, ist das euer Ernst? Ich hab die Treppe nicht gesehen. Ja, ich geb's zu. Stopp da, Shipmates! Ein Wunschwunsch wächst und wir haben die Aktionen gebeten. Dirty summers, I presume. Nice to put a filthy sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Ja, aber ich guck mir trotzdem noch mal kurz die Leiche an. Hm, irgendwie tauchen die auch immer und überall auf, ne? Okay, jetzt hab ich Flashbacks von Conan wegen dem Kartentransport. Okay, das heißt dann aber nicht, dass wir nicht da hinkommen, sondern nur, dass wir einen Umweg gehen müssen. Eingang zum Turm. Ich guck aber mal ganz kurz hier... Oh, doch, hier können wir auch noch was machen. Sehr schön. Aschmarts Notizen. Notizen, die Aschmarts im Laufe der letzten Wochen niedergeschrieben hat. Bei Mr. Arnson ist die Lage ganz schön eskaliert. Er, dieser Rotzlöffel und die Frau. Ich wünschte, sie wären im Bayou ersoffen. Jedenfalls haben sie es nicht verdient, zusammen mit den anderen hergebracht zu werden. Nein, nein und nochmals nein. Die unterirdischen Gänge rufen wieder nach mir. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wache ich anschließend in der Höhle auf. Gestern bin ich mit einem Obsidian-Splitter in der Hand aufgewacht und kann mich an absolut nichts erinnern. Heute Nacht wird mich die Höhle wieder zu sich rufen. Ich habe Schreckliches in meinen Träumen gesehen, aber ich kann mich dem nicht erwehren. Wichter der Meere, okay. Tagebuch des Leuchtturmwärters, 4. April 1882. Wieder habe ich die Melodie gehört. Ich hörte sie in jeden Tropfen, der von der Spitze des Leuchtturms auf den Boden fällt. Ich höre sie im Schaben der sich unaufhörlich drehenden Laterne. Und ich höre sie in diesem Moment, während meine Feder beim Schreiben auf das Papier kratzt. Seit mein Junge mich verlassen hat, ist dieses Tagebuch mein einziger Gefährte. Manchmal schlafe ich in seinem Bett, damit es nicht leer ist. Ich glaube, neulich habe ich ihn in der tiefblauen See schwimmen gesehen. Seine Haut wirkte leblos und fahl. Und seine Zähne waren so scharf wie die eines Piranhas. Er sah mich mit blutroten Augen an, die inmitten der tosenden Wellen starr auf mich gerichtet blieben. Und ich konnte in ihnen nichts als Abscheu erkennen. Tja. War da jetzt gerade was? Nee, ne? Ah, stopp, halt. Ja, wobei deren Fracht ja eigentlich immer Menschen sind, ne? Dirty Summers Tagebuch. Ich habe für Geld wirklich schon schlimme Dinge getan, aber das hier ist ohne Zweifel das Schlimmste. Immer öfter werde ich von seltsamen Träumen geplagt, aber ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen. Unglücklicherweise ist es hier ziemlich langweilig. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie meine Gedanken um diese Träume kreisen. Ich will gar nicht in den Himmel sehen und auch nicht das Meer, Aschmarts Gesicht oder meine eigenen Hände. Rochester sagte, dass bald alles verschwunden sein wird, verschlungen vom großen Alten. Vielleicht wäre das eine bessere Welt, vor allem weil ich nicht mehr da wäre. Okay, Sherlock, ich hätte gerne die Sicht noch einmal. Gut, hier scheint nichts mehr... Achso, Moment, bevor ich jetzt den Raum verlasse und wahrscheinlich irgendwas trigger. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts Verstecktes drin. Gut, dann... Achso, okay, machen wir uns einfach einen Plan. Also, wir haben die ganzen Unterlagen hier. Dann, äh, wie machen... Wie können wir das Ritual abbrechen? So, Transportkisten, unterirdische Öle, Wunderpunkt der Linsen, Untersuchung des weiblichen Opfers, seltsame Stahlvorrichtung. Hallo, gehst du mal nach oben? Egal, was ich... Achso, hier, ja, die grünen Sachen. Können wir nicht. Okay, dann... Transportkisten können wir auch nicht. Hm. Ähm... Ach, jetzt können wir die ja anklicken, okay. Dem Sabotageplan folgen. Wir müssen die Carleitlinsen unterhalb der Laterne wie auf dem Bauplan abgebildet zerstören. Dazu müssen auf jede Linse zwei Strahlenemiter gleichzeitig gerichtet werden, um sie zu aktivieren. Sobald eine Linse aktiviert wurde, kann sie mithilfe des Obsidian-Dolches zertrümmert werden. Also so, wie wir es eben gemacht haben. Womöglich müssen wir getrennt voneinander vorgehen, da Lord Rochester und seine Jünger versuchen, werden die Linsen zu beschützen. Das klingt nach Action, das ist nicht gut. Okay. Hinweis anheften, Sabotageplan. Dann mal los. Ja, ich denke mal, wir haben alles erledigt. Ja, ich denke mal, wir haben ein Plan. Natürlich. Wir müssen die Kaleid-Lenzen erstellen, schreien die Kaleid-Lenzen, und schreien sie mit der Dagger. Das soll uns auf die Kaleid-Lenzen stopt zu diesem Kursiv-Ritual. Okay, gut. Ich bin froh, dass ich mich überraschend über was uns erwartet. Ist es zu viel, dass das alles gut sein wird? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.